Ja? Was willst du morgen um 5 Uhr machen? Ich hab dich nicht ganz verstanden. Aufstehen und Schwop, wir verarbeiten vor der Schule nochmal. Und danach hast du Schule? Nachher Schule, ja. Ich muss um 7 Uhr weg, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, noch zwei Stunden, oder? Ja, kriegst du hin, Digga. Und dann gehst du ja danach, du bist ja unten und farmst weiter. Ja. Hahaha, alte PC.